wegen mich haut nichts mehr um äh du bist deutsch? außer ein 710er deckel ja ich bin deutsch nice einer ist oben schön sie ist nicht wann der mich hier holt ne der ist hinten ich hab die bombe geplantet warte einfach auf den defuse ne da kannst du nicht clean ich kann durchziehen alter hat der an ich hatte aber auch leck seinen vater hat er trotzdem an guck mal der ist perfekt gekommen als ich gekommen bin kannst du mir doch nicht erzählen dass wir es schaffen gleichzeitig zu kommen ich glaub das ist ein zitat was ich für deine hochzeit aufschreiben müsste wenn ich es aufnehme muss ich es nicht mehr aufschreiben er war glaub ich unten im keller nee veranda ey ja moin alter kann man nur so anhaben ganz kurz ich bin deutsch hab ich das schon mal erzählt? digga die haben an jetzt macht keinen spaß die haben an er hättet mich hier die ganze zeit so als wäre joda oder so what the fuck das kommt dann wo liegt denn die bombe vor dir ja der hat so an der typ mach mal bitte beide die kellertüren auf ich hab mir ne arme gekauft beide kellertüren auf ziemlich arschleck nö bevor ich die erste aufhabe bin ich tot darauf basiert meine strategie ja tatsächlich so jetzt sind beide kellertüren ja dann hit ja schön wenigstens sind wir beide noch am leben die frage ist warum push ich mit ne arme nach oben der ist aufm dach der ist hier unten der ist hier unten der ist hier unten genau unter dir links fuck das war ne intens runde ne sehr sehr schöne runde in der nase und spezialisten noch so viel was ich schneiden möchte oder muss was alles bei mir scheduled ist aber was ich halt nicht die zeit im moment für habe wie er mich einfach getasert hat das werde ich dir nicht vergessen im wasser die spielen eine double op oh und natürlich krieg ich den chip nicht bring runter der hat da ja der ist in der luft ne halt da maul what the fuck ich möchte mal auf deren profil gehen minusrap toxic minusrap minusrap loser minusrap irgendetwas so für russisch sind vertrauensvolleige accounts würde ich mal einfach behaupten das heißt wir müssen jetzt komplett drin scha- paul in der pistol afk zu sein ist ungefähr so als wusste immer pistol afk nein doch nein kann man muss doch nicht ja komm der will mich doch verarschen oder ne boah digger fuck maschallah sogar einer von denen ist keller ja einer von denen ist jetzt in der hölle der ist vor vorm haus vorm haus hier schön oh ich bin so vereimt they ask you how you are you just have to say that you're fine when you're not really fine when you just can't get into it because they would never understand was ist der halbtote ich hab ne m4 gefunden äh der hat ne op und der andere hat mich durch die wand äh durch die tür einfach mal geholt ohne mich zu sehen danke dafür wie du ne op geklatscht hast nice nice die frage ist jetzt schon was die können weil wir haben das immer nicht gewonnen die spinbotten gleich wenn du nix schreibst ich kann hier ne m4 und schmeißen wir gewinnen die runde nicht wenn du äh afk am links stehst digger der holt mich einfach von da wo dein name stand digger die holen mich hier durch wände alter was was jaaaa der stellt sich jetzt mal nach mecca oder wie die holen wir ganz ehrlich das hat es gebracht zu schreiben weil jetzt wissen wir safe dass die anhaben oder genau links dann spiel du auf der anderen seite wie so größte die größten kekos ganz kritischer hase gut gemacht paul wir können nicht noch ne runde dadurch abgeben dass du am anfang erstmal ne stunde mit denen chattest vor der baustelle ok der typ hat wirklich ok komm letzte runde das können wir schaffen na vor allem hab ich ne kk jaaa komm alter keller hochgelaufen jaaa war das gemacht oder was perfekt digger ich klatsch die runde du fragst ob wir das gewonnen haben ja ja ich war gerade dabei nichts schreiben zu können nice paul willst du uns erzählen was wir auf diese folge sehen wollen für diesen klatsch 15 euro alles klar leute ich versuch daran denken er dran zu denken meinen typisch stream link in die beschreibung zu packen und donate ich mir einfach mal 15 euro das wäre ziemlich ehrenhaft weil wenn mir jeder 15 euro dann hab ich am ende des tages mehr als 15 euro mehr bekommen wenn mir jeder das sieht ja paul logisch ja in dem sinne paul wieviel likes und abos wollen wir noch auf die folge sehen 18,20,35 alles leute also wie gesagt ähm plus minus 1 million richtig teilt ihr das gerne mit auch den freunden würde mich mega freunde mich supporten folgt mir auf twitch macht da die glocke an folgt mir auf instagram und auf twitter da bekommt ihr stuff aus meinem real life mit abonniert mich gerne wenn ihr es noch nicht getan habt aktiviert die glocke damit ihr kein stuff mehr verpasst paul willst du noch was sagen in deutsch das kann ich nur so bestätigen ähm wie gesagt wenn es euch gefallen hat zeigt es mir mit dem like und mit dem kommentar bis dahin ciao bisschen 14 stunden 2 minuten 46 sekunden äh willst du sonst noch was sagen deutschland wenn ja auch willst du noch was sagen ja äh abonniert alle alles nice